Markus von der Bergrettung. Ach, Sie sind die Neue. Sie dürfen Frau Winkler sagen. Vielleicht sagst du mir einfach, was los ist. Ich merke doch, dass sowas nicht stimmt. Ich kann mir einen Neuanfang schon vorstellen. Auch ohne Kind. Das ist High-Class-Tourismus. Ausgerechnet da ein Projekt zu planen, wäre ökologischer Wahnsinn. Du lässt mir keine Wahl. Papa hat ihm gedroht, die Pension zu schließen. Wegen nicht erfüllter Auflagen. Ich habe eigentlich nur ein Ziel im Leben. Das ist nicht nie so wert wie du. Michi, wie Rudi. Michi, wie du? Wir haben einen Einsatz. Vorsicht, da kommt was runter. Was, die Fahrt rein? Nein, nicht. Cool, oder? Scheiße, ich kann die Mülle nicht mehr steuern. Was? Festhalten. Katharina macht Schluss mit mir und zieht wieder her auf den Hof. Ich verstehe es nicht. Es kann nicht immer jedem alles gefallen. Ben, das ist Max. Wir haben uns genau aus einem Grund getrennt. Jetzt suchst du dir ausgerechnet eine Frau mit Baby. Wenn du sie jetzt nicht holen, verlieren wir vielleicht bald. Kaiser steht hier. Ich weiß. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Lado ist scharf. Und Abwurz. Ich habe ihn. Das schaut mir gut aus. Michi, hier ist ein Abflug bereit. Die Lawine kommt direkt auf euch zu. Markus, mach schneller Beeilung. Ich muss ihn nicht losziehen. Ja. Markus. Ich weiß. Danke schön.